Hallo ihr Lieben, und da sind wir... Scheiße, und das ist schon zu Anfang? Ja, und wie schon. Vor einer weiteren Folge. Carol Davis. Es ist schon wieder eine Carol. Also EMF kriegen wir hin, den Rest wieder nicht. Zeugen eines Events, ihr wisst schon, das kommt, wenn es kommen möchte. Das bekommen wir, ja, ihr wisst schon, ne. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber mein Gehirn ist gerade kurz ausgeschaltet gewesen. Morgen Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Morgen! So, wir sind wieder ein Rund im Farmhaus. Wir hatten keine Lust wieder auf Schule. Genau, es gab nur zwei zur Auswahl. Weil da ja in der letzten Folge Donald Thomas die Cardi für sich haben wollte. Ja, das geht gar nicht. Alter, ich dachte ich wäre wieder... Oh, guck mal, hier sind Kerzen. Ach, hier will er keine ausblasen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Ja, wo bist du? Wir sollten nicht singen. Weil? Hast du gehört, wir sollen nicht... Oh, guck mal, hier hinten ist die Klonummer wieder. Wie der Geist darauf reagiert. Auf unsere wunderschönen Katzenstimmen. Na, eigentlich... Eigentlich ist er ja darauf programmiert. Ich strech die ganze Zeit mit EMF aus rum. Oh, einmal mit Profis, weißt du. Ich glaub mal nicht, dass irgendjemand bei Phasmophobia singt. Oder? Damit kommt der Geist nicht klar. Glaub mir. Mhm. Ich merk schon. Nur wenn du sagst, Angst und Rennen und dumm und den Namen, wie Carol Davis sagt, mit dem Bratwurst-Bratgerät, die uns immer noch kein Zeichen gegeben hat. Was hast du gerade gesagt? Hast du gerade gesagt, du... Mich durch? Nein. Oh Gott. Ich hab gesungen. Ja, aber wie herzhaft du gefeiert hast, da dachte ich... Ich hab das so... Weil ich das geil fand, ich fand den Songtext... Geil. Ich dachte, du feierst dir herzhaft, weil... Naja, weil... Wer lacht... Da kann nur herzhaft lachen, weil man... Weil deine Reaktion auf einmal klasse war und ich dachte mir... So was sagt! Ich hab einen geilen Song rausgebracht. Und ich war erschüttert. Dass du was anderes damit verbindest und verstehst. Ja, sorry. Ich dachte... Das würde nicht wahr sein. Jetzt geht das aber ab bei dir, dachte ich so, weißt... Natürlich. Du spinnst wohl oder so, weißt du? So wie ich das letzte Mal gehört habe, dass du mich nicht genannt hast. Nein, ich würde niemals eins, zwei haben wir hier. Sie ist auf jeden Fall hier. Oder? Du bist so eiskalt. Ich würde niemals eins, zwei. Was? Du würdest niemals eins, zwei? Eins, zwei, drei. Riesekotag. Wien, Tag. Ah, nein. Ah, nein. Wie alt bist du. Ah, nein. Ah, nein. Schön. Gib uns ein Zeichen. Die hat hier was runter geworfen. Ist im Flurgeist. Nein, 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 nein. Hier. 0,0. Glaub ich. Dank. 0,7. 0,2. 2,2. Wie alt bist du? Minus 0,3. 1,5. Wie alt bist du mein kleines Kind? Minus 0,2. Ich weiß auch nicht. Irgendwie Phasmophobie-Folgen sind in der letzten Zeit sehr versungen. Ist auch eine kleine Aufnahme-Zession. Was? Ja. Wir können uns das Licht oben anmachen. Wie alt bist du? Minus 1,8. Schreibe ins Buch. Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Praktikali. Bist du ein Kind? Hä? Sie hat was geworfen? Ach ne, das warst du. Ich geb ihr nur was zum Spielen. Gut. Wir sollten den Flur und das Badezimmer abschecken. Check. Ich mag wirklich nicht unser Gesang. Ich weine schon. Ja. Mussi, mussi. Pippe mal. Dann war's ein friter Trailer. Guck for spider bird. Wollt. Guck. 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 ich habe doch so schön gesungen dass sie aber gleich losheult das heißt schon was kann man aber zeitig nehmen wir haben gefriertemperatur ja stimmt sie ist sehr aktiv ja und weinend rennst du das haus was haben wir gemacht werden doch nur gesungen wir haben du gesungen das ist ja nicht die nur gilt aber heftig wie wir singen doch so schön ja finde ich auch besser nicht jetzt leicht geht gar nicht die hat doch wohl ein rad ab verletzend definitiv verletzend ich kann es gar nicht verstehen ich würde noch eine tablette nehmen ja tablette diesmal wissen wir wo sie ist und naja wir halten ein bisschen mehr die klappe guck mal schon so sitze runter nein da kommt sie wieder hoch so ich halte jetzt die klappe man mag anscheinend meine stimme nicht ne ich glaube auch nicht das war das ich buch wir kriegen abdrücke wir haben alles buch finger abdrücke die klickte glaube ich permanent die lichtschalter durch oder so ich habe gerade nur klicken hören wir haben dich ich war ich das gerade das hat sich anders so mal gucken was es ist finger abdrücke buch dämon neuner dämon mi 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 und dann heulst du auch noch so ich habe mir noch ein mi 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 eben ich habe mir noch ein mi 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 gegeben oh die spinnen bämmann mi 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 echt ey bämmann mi mi ja den rest den kriegen wir nicht geschissen ja dem kommen wir nicht hin ja wir haben alles drin ne ja wir können auch die fingerabdrücke fotografieren aber ach nö ach das ging jetzt schnell ach nö neun minuten hat die dame gebraucht alter ja so ist das mi 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 ja eindeutig besiegt äh engeldings willow street willow street engel engel hatten wir noch gar nicht asylum willst du ein asylum ich finde so ein bisschen langsam die großen maps langweilig weil du wirklich ein bisschen länger brauchst um zu suchen nein um zu finden check genau das meinte ich hast du gerade check gesagt check sorry check was ach ich rede doch gar nicht mehr dir kalbi cari kalbi silicon kalbi cali kalbi bust Vad schreibst mit車 aus?! Nein Humm Humm 90 Prozent. Mehr geht da nicht. Nein, mehr kriegst du doch nicht. Nicht hier. Nicht jetzt. Nicht heute. Nicht wann. Nicht in dieser Folge. Vergiss es. Was? Nicht wann? Ja. Okay. Lala, kannst du mal hierher kommen? Alter, ich hänge immer noch bei den 90 Prozent. Ich kann nichts dafür. Boah, ey, bist du eine Langsame. Boah, hast du nicht gesagt. Hab ich aber. Ich level mich in Speed, okay? Ja, mach mal. Brauchst du definitiv. Oh ja. So wie. Nehme mal auf. Nicht Fürsten warten muss. Alter, Bocken. Eins und zwei und drei. Da ist sie. Da, da. Maria. Dein Ernst, du stellst dich mit deinem Kopf direkt vor meinen? Na, wenn du so winzig bist, kann ich doch nichts dafür. Ich hab dich nicht gesehen. Du bist doch so winzig. Alter, hatte ich gerade ein Lack? Warum? Also Salz, kann man machen. Foto vom Geist. Nö, jagt mein Räucherstäbchen. Nein. Nicht vor einer. Maria Schonzen. Maria Schonzen. Die Schonst alles weg. Was? Mein PC kriegt wieder Höhenflüge. Juhu. Nein, 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 nein. Ja, warum ist das denn? Warum singst du? Ich weiß auch nicht. Schon wieder mal hier rum. Ich weiß auch nicht. Ich hab'n Schlüssel. Warum ich in den letzten Folgen nur noch singe. Guten Tag. Ich geh' mal ins Keller. Einen wunderschönen, juten Tag. Ja, einen wunderschönen. Gib' mal ein Zeichen und so, ne? Was? Gib' uns ein Zeichen. Äh, Toilettengeist. Ach, Mann. Warte, ich guck' nach Strom. Wenn ich schon hier unten bin. Wie alt bist du? Ich seh die unten Punktleuchten. Also, ich glaub' unten im Keller ist nichts. Es kann auch sein, dass ich hektisch gucke. Wo bist du? Nicht im Keller. Bist du ein Kind? Alter. Ich mach' uns mal ein bisschen Licht. Kühchengeist? Wir haben... Wir haben Licht. Die war auch gerade... So. Also, hier könnte sie sein. Hier hatte ich einen Zweier-Ausschlag. Dann bin ich hier lang gegangen. Am Kühlschrank war ein Zweier-Ausschlag. Und dieser Raum war ein kleiner Zweier-Ausschlag an der Wand. Also hier. Also, tu... Also, Klo. Tadaa. Warte mal. Entscheide dich jetzt hier. Sie wandert. Wie alt bist du? Geh doch nicht mit mir, ey. Ist sie hier drinnen? Auf der Türschwelle irgendwie. Sie sind ja letzter Zeit immer auf der Türschwelle. Schreibe ins Buch. Na, die steht direkt vor dir, ey. Pass auf, wenn die jetzt jagt und sie steht dann in mir. Hm. Warte mal, wo ist denn der Ausgang? Ach, da. Ernsthaft? Ja, ich will noch ein Buch. Ich komm mit. Gut. Folge mich. Cool. Hallo. Ist ja daueraktiv. Mein Gott. Ist ein Dauergeist. Ey, 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 ey. Warte mal, mich... Ah. Ja. Aua, mich... Ah. Ja, killert schon wieder. Sorry, ey. Ich nehm noch ein Buch mit für das andere Räumchen. Gut, oder? Ähm. Ähm. Nimm... Warte mal, bei... Nimm, was du kriegen kannst. Ja. Gerade leicht verwirrt. Echt? Wirklich? Warst du das? Geil. Bei was für einer Folge sind wir gerade bei der dritten? I... Ja... Das ist eins, zwei... Das ist jetzt die dritte, die wir machen, ja. Ah, danke dir. Gerne, gerne. Frag mich doch. Ich mach hier mal Sternchen und so. Ich hake ab. Oh, lieber Son. Nein, nicht nur. Ich beiß mir auf die Unterleppe. Hast du es rausgeholt? Vollkommen falsch ist es wieder verstanden. Irgendwie verstehen wir heute falsch, ne? Ja, ne? Geht heute gut los. Oh, das können wir jetzt unseren Hintern da reinschieben. Ich will jetzt hier mein Equipment da reindrücken. Welchen Raum willst du wo was reindrücken? Naja, im Badezimmer packe ich ein Buch rein. Das ist ja... Ja, ist halt so. Hast du die Tür vom Badezimmer zugemacht? Ja. Schreib ins Buch. Warte mal, ich kann es auch hier weiter vorne entlegen. Kann es auch hier reinschreiben. So, und Dotsi-Dots würde ich eher... Fingerabdrücke. Nice. Vielleicht hier hin. Äh, Fingerabdrücke sagst du? Jo. Ah, das könnte ein verdammt sein. Reichlich Auswahl. Wie alt bist du? Wo bist du? Warte mal, wo ist denn der Lichtschalter von dem Raum hier? Wie alt bist du? Warte mal, ich sehe den... Lichtschalter nicht. Oh, Dots, 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 Dots. Ist sie mir gerade reingerammelt mit hinterher? Nee, sie ist gerade hier an den Küchentisch gelaufen. Ähm, Phantom, Guri, Guri, Benji. Guri, Guri. Schreib ins Buch. Gurjo. Was? Ich würde ihn als Gurjo bezeichnen. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, aber Gurjo. Ja, Guri, Guri sag ich doch. Guri, Guri. Gut, wir haben ja was hingezimmert, wir Glücklichen. Was braucht Benji, Phantom, Guri, Jojo. Jojo braucht EMF 5. Benji braucht Geister Orb, Phantom braucht Geister Box. Nichts? Warte mal. Ach, ich hatte ja gar keine Kamera. Hahaha. Was? Ich würde sagen, Pillen intus und nochmal ordentlich was reingestellt. Warte mal. Was braucht man denn? Was habe ich gesagt brauchen wir? Ah. Geister Box. Nimm Fotoapparat mit, ich mach Salz. Geister Orb. EMF. Ich mach Salz, Lust. Kannst du Fotoapparat mitnehmen? Ach, hab ich gelatzt. Und ich nehm Ruzifix mit wegen der Benji. Toll, schön. Schön, dass du geschützt bist. Ich schmeiß es in den Raum rein. Gut. Alter, ist die fett aktiv. Wupp, hat aufgehört. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Alter, hab ich gelatzt. Mh. Was? Was? Was war das? Ich hab mein Licht an und ausgemacht. Siehst du, sei es gelaufen. Das gibt's doch nicht. Scheiße, ist die aktiv. Ich geh. Ach, fuck. Oh, fuck. Was ist das? Ey, die ist da und so, weißt? Mhm. Gut. Warte mal, ich muss jetzt mal kurz was machen, sonst wird das hier... Geisterbox, Geisterbuch, EMF. Wie jetzt? Geisterorb. Ja, warte mal, ich muss kurz was tun. Sonst werde ich doch verrückt. Wartet. Ich hab's gleich. Momentchen. Geisterorb. Ah, toll. Ich hätte mich auch Richtung Bildschirm drehen können. Es ist ne Banshee. Es ist ne Banshee. Warte mal. Banshee. Ja, Mann. Ich hab grad den Staubfussel gesehen da oben. Nice, nice. Und schon wieder hab ich den Staubfussel gesehen. Es ist ein Orb. Es ist eine Banshee. Wie, haben wir krasse Fotos? Oh Gott, nur... Leider nicht. Oh Gott, nur Fingerabdrücke, ja? Lächerlich. Tja, ich würd' sagen, das war ne schnelle Hausnummer, ne? 20 Minuten und so. Eben wir drüben sind und alles hast du nicht gesehen. Ist... 20 Minuten schon drauf. Nice. Schnelle Hausnummer. Ja. Mhm, mhm. Uiuiuiuiuiui. Ah, eine Patch. Krasses Ding. So, ihr Lieben. Das hätten wir geschafft. Ihr kennt euch auf... Elia. Willst du Lovillo Street oder Kraften oder Asylung? Ah. Wähle für die nächste Folge aus. Raften? Hatten wir das nicht gerade? Ich kann mir sowas nie merken. Dann nimm doch die Velo Street. Weiß ich nicht. Willst du? Ist doch eh alles gleich. Nein, du hast jetzt das gewählt und so ist wunderbar. So. Ihr Lieben, danke fürs Zusehen. Oh ja. Mhm. Voll krass, dass ihr mit dabei wart. Ja. Echt? Ja, beenden wir das lieber jetzt ganz schnell, bevor sie hier wieder irgendein Dünnsches erzählt. Die Idee. Kuss und Kuss. Und bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Das war's.